Luke will ein Kind. Naja, aber irgendwie kann ich's verstehen, glaub ich. Luke hat ziemlich darunter gelitten, dass er ohne Vater aufgewachsen ist. Ist er tot? Nein! Du bist sein Vater. Und er hatte lange nur versucht, dich zu finden. Was willst du von mir? Tobi, Achtung, wenn ich da Bräder bin, dann kannst du ja auch da Bräder sein. Dann such dir doch einen anderen. Ich mag so, dass er nicht will.